Sie wollen nicht mühsam zwischen Notenseite und kritischem Bericht hin und her blättern, wie Sie es aus der Druckausgabe gewohnt sind. Sie interessieren sich für die Entstehungsgeschichte des Werks, für den Komponisten sowie für weitergehende Hintergrundinformationen und wollen deshalb das Vorwort des Herausgebers lesen. Jede Urtextausgabe besteht aus dem eigentlichen Notentext und den dazugehörenden Erläuterungstexten des wissenschaftlichen Herausgebers. Die digitale Ausgabe liefert deutlich bequemer in der Handhabung ebenfalls alle diese Informationen der Druckausgabe. Denn sämtliche editorischen Bemerkungen sind an die entsprechenden Notentextstellen angekoppelt. Die Stelle ist leicht erkennbar, farbig markiert. Ein Klick darauf und der Text öffnet sich bequem an Ort und Stelle. Außerdem werden natürlich zu jedem digitalen Notentext sämtliche Worttexte der Druckausgabe mitgeliefert. Ich zeige Ihnen gerne, wie es geht. Tippen Sie zuerst in die Mitte des Notentextes, um die Menüleiste zu aktivieren. Wenn Sie jetzt auf das Buchsymbol tippen, öffnet sich das Fenster Begleittexte mit allen Leseangeboten dieser Ausgabe. Hier können Sie einen Begleittext auswählen. Innerhalb dieser Texte sind Querverweise auf weiterführende Texte bzw. auf Erläuterungen durch einen Link mit einer anderen Textstelle der digitalen Ausgabe verbunden. Die entsprechenden Wörter sind durch Unterstreichung und blaue Buchstaben gekennzeichnet. Bei Tippen auf diese gekennzeichneten Wörter öffnet sich der entsprechende Text. Tippen wir auf den Zurückpfeil, um die Noten wieder anzuzeigen. Zu vielen digitalen Ausgaben der Henne Library App finden Sie über die Druckausgabe hinausgehende alternative Fingersätze und Strichbezeichnungen. Wenn es sich dabei um historische Fingersätze handelt, wie z.B. bei den Klaviersonaten Mozarts, bei der Bartok oder Camille Saint-Saëns, dann erhalten Sie durch Tippen auf die Kapitel Fingersatz Hintergrundinformationen zur originalen Quelle der von uns übernommenen Zeichen. Die Henne Library App bietet Ihnen ein sehr bequemes Studieren aller editorischen Hintergrundinformationen zum eigentlichen Notentext, entsprechend der gedruckten Ausgabe. Anders aber als bei der Druckausgabe, wo sich solche Textkommentare in der Regel im Anhang der Ausgabe befinden oder in Fußnoten am Seitenende, genügt in der digitalen Version die Aktivierung der Funktion Kommentare im Notentext. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden sämtliche Notenstellen, unter denen sich ein Textkommentar befindet, durch ein blaues Feld markiert. Sie finden nun unter allen blau markierten Notentextstellen den dazugehörigen Erläuterungstext der Druckausgabe hinterlegt. Ein einfaches Tippen auf das Feld und es öffnet sich das Fenster mit dem beigegebenen Text. Dabei wird die markierte Stelle rot umrandet und das Textfeld kann auch bequem, gegebenenfalls zu besseren Lesbarkeit mit gehaltenem Finger oder mit dem Apple Pencil verschoben werden. Wie in den Fließtexten werden alle Wörter durch Unterstreichung und blaue Schrift mit entsprechend weiterführenden Texten verlinkt. Bei Tippen auf solch einen Textlink öffnet sich das nächste Fenster mit dem entsprechend verlinkten Text. Tippen wir außerhalb des Popup-Fensters, um es zu schließen. Die beigegebenen Worttexte werden entsprechend der prinzipiellen Spracheinstellung Ihres Tablets angezeigt. Die Handy Library App bietet Worttexte in Deutsch und Englisch an. Für alle Spracheinstellungen außer Deutsch sehen Sie die englischen Texte. Die direkt integrierten und verlinkten Kommentare ermöglichen es, die Note noch tiefer und leichter einzustudieren. Viel Spaß beim Spielen!